Und jetzt das Heute-Journal. Ostern ist für Christen das wichtigste, das höchste Fest im Jahr. Und wie jedes Jahr sprach der Papst am Ostersonntag sein Segen, Obi et Orden. Zudem rief er die gesamte internationale Gemeinschaft dazu auf, ihre Herzen zu öffnen, damit sie sich für die Beendigung von Kriegen einsetzt, die die Welt mit Blut beflecken. Wir alle sollten uns beeilen, Konflikte und Spaltungen zu überwinden. Ein Appell an uns alle quasi und insbesondere an die Staatenlenker dieser Welt. Und damit erst einmal einen schönen guten Abend und frohe Ostern. Das Problem mit dem Appell an die Staatenlenker, er dürfte sie wenig interessieren. Weder einen Bashar al-Assad, noch einen Wladimir Putin oder einen Xi Jinping. Letzterer schickte heute eine Art Warnung an die westliche Welt und an Taiwan. Das chinesische Militär simulierte bei Manövern Präzisionsschläge gegen, Zitat, Schlüsselziele auf der Insel Taiwan und in den umliegenden Gewässern. Kampfjets, Bomber, Bodentruppen, alles soll dabei gewesen sein. Und alle schauen alarmiert wie irritiert zu. Japan geht allerdings noch einen Schritt weiter und rüstet gerade auch wegen der geografischen Lage und dem Wissen, dass im Indopazifik die Machtbestrebungen mehrerer Länder aufeinandertreffen, massiv auf. Davon betroffen sind insbesondere die Militärbasen, die sich auf den japanischen Manansai-Inseln befinden. Und eine davon ist Amami Oshima. Dort hat unsere Korrespondentin Elisabeth Schmidt ziemlich seltene Einblicke erhalten. Die Militärgebäude auf Amami sind grün angestrichen. Sie sollen sich bestmöglich in die Landschaft einfügen. Die Insel zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe. Das Gelände war ein Golfplatz, bis ihn die Regierung aufkaufte und zum Militärstützpunkt umfunktionierte. Stolz wird er uns präsentiert. Heute trainieren die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte hier für einen Angriff Chinas mit modernster Flugabwehrraketentechnik. Wenn uns Kriegsschiffe vom Meer aus angreifen, brauchen wir Raketen, um sie auszuschalten. Auch Attacken aus der Luft können wir auf diese Weise abwehren. Unsere Übungs-Szenarios spielen durch, dass genau das passieren könnte. Die Streitkräfte auf Amami trainieren auch regelmäßig mit Truppen aus den USA. Das soll vor allem China und seine Kriegsflotte abschrecken, zahlenmäßig die größte der Welt. Dass die Spannungen im Indopazifik zunehmen, wird auch auf Amami ganz genau beobachtet. Taiwan ist nur knapp 110 Kilometer vom südlichsten Teil unserer Provinz Okinawa entfernt. Das ist nicht weit von hier. Natürlich betrifft uns Chinas Machtstreben immens. Japans Antwort, der Verteidigungshaushalt soll bis 2027 massiv steigen. Verglichen zu heute hätte Japan dann den drittgrößten Rüstungsetat der Welt nach den USA und China. Das Umdenken in Tokio, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Russlands Invasion war so ein Schock. Russland, das über Atomwaffen verfügt, marschiert in sein Nachbarland ein. Hier in Japan hatten viele das Gefühl, wenn wir die russische Invasion einfach so hinnehmen, dann könnten bald auch andere Länder von Tyrannen überfallen werden. Auf Amami trainieren Japans Soldaten inzwischen nicht mehr nur, wie bislang, reine Landesverteidigung, sondern auch Gegenschläge. Hirofumi Yumura macht das große Sorgen. Der Reisfarmer befürchtet, Japans Aufrüstung könnte China weiter provozieren. Es muss nur ein kleiner Zusammenstoß passieren auf See, vielleicht auch nur aus Versehen. Das macht mir am meisten Angst, dass ein winzig kleiner Zwischenfall einen Krieg auslösen könnte. Mit der Kriegsgefahr leben sie auf Amami jeden Tag, zwischen Traumstränden und Truppenübungen. Die USA, wir haben es gerade gehört, sind dort auch involviert, müssen aber gerade akut einen anderen Brand löschen. Löschen und herausfinden, wer ihn gelegt bzw. wer ihn geleakt hat. Es geht um geheime Dokumente, die im Internet veröffentlicht wurden und die zahlreiche sensible Informationen enthalten sollen. Zum Beispiel über westliche Militärhilfe an die Ukraine, zu Streitkräften und Taktiken. Sowohl das Pentagon als auch das Justizministerium untersuchen die Vorfälle. Elmar Thewissen. Schon seit Kriegsbeginn liefern die USA und ihre Verbündeten der Ukraine wertvolle Informationen mit E8 J-Stars Flugzeugen, mit unbemannten Global Hawk Drohnen und mit den in extremer Höhe fliegenden U-2 Maschinen. Aber all das ist offenbar nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Arsenal von Aufklärungswerkzeugen der Alliierten. Erstmals werden in den rund 100 Dokumenten nun bisher streng geheime Details bekannt, verbreitet über Social Media. Sie bieten zwar nur einen Schnappschuss über die Lage im Krieg Anfang März mit einer Fülle von taktischen Informationen über das Geschehen an der Front. Aber die Papiere, die zum Teil auch dem ZDF vorliegen, enthalten Hinweise auf neue Abhörmöglichkeiten der Kommunikation im russischen Militärapparat, bisher unbekannte Methoden der Satellitenspionage wie das sogenannte LAPIS-Programm, das wohl bestgehütete Geheimnis der US-Luftaufklärung. Mit all dem kannten die USA offenbar die Pläne Russlands für Luftangriffe auf die Infrastruktur der Ukraine schon vor ihrer Ausführung. In einem Papier konkrete Opferzahlen auf russischer und ukrainischer Seite. Die Dachzeile legt nahe, dass es für den US-Militärstab gefertigt wurde. Möglicherweise für Generalstabschef Milley als Teil einer Präsentation für Verbündete Anfang März im deutschen Rammstein. Die Dokumente geben einen Eindruck, wie viel die USA täglich liefern. Das Weiße Haus will das immer runterspielen, weil der Präsident immer sagt, wir sind keine Kriegsteilnehmer, drücken keinen Abzug, schicken keine Truppen. Aber man sieht, wir tun alles unterhalb davon. Das Pentagon begrenzt für Verbündete nun massiv den Zugang zu solchen Geheiminformationen. Das Justizministerium sucht nach den Urhebern des Datenlecks. Der Schaden wächst. Über Social Media werden auch verfälschte Versionen der Dokumente für Propagandazwecke verbreitet. Noch ist unklar, ob und wie das Vertrauensverhältnis zwischen den USA und der Ukraine durch das Bekanntwerden der Militärgeheimnisse belastet wird. Ja, und die Ukraine bezeichnet sie als Fälschung. Russische Reaktionen sind widersprüchlich. Manche Dokumente sollen, und wir haben es ja gerade auch im Beitrag gehört, im Nachhinein manipuliert worden sein. Lassen wir uns das Ganze einordnen von Elmar Thewesen. Hallo Elmar, erstmal Grüße nach Washington. Bei allen Unsicherheiten und ja auch Unklarheiten rund um die Leaks, wie brisant sind sie dennoch? Ja, das ist schon ein Schlag für die ukrainischen Streitkräfte. Denn ihre ganzen Aufmachspläne, aber auch wann kommen welche neuen Waffensysteme an, welche Munitionen, das ist erstmal öffentlich geworden. Und das sät natürlich Misstrauen, nicht nur zwischen Ukraine und den USA, sondern auch anderen Bündnispartnern, die ja auch ihre Aufklärungserkenntnisse beigetragen haben zu dem. Und das alles kommt in geballter Form auf einmal an die Öffentlichkeit. Das stellt natürlich die große Frage, wer da Sand ins Getriebe streuen will. Das ist noch völlig offen, das muss ermittelt werden. Aber ganz offenbar ist es für diesen Krieg sicherlich für die Ukraine nicht nützlich, dass das passiert. Dann da nochmal konkreter nachgefragt, welchen Einfluss können denn diese Veröffentlichungen nun auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine haben? Ja, nun sind die Daten ja eigentlich schon vier Wochen alt. Also vielleicht nicht unmittelbar auf das Kriegsgeschehen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Aber dadurch, dass Russland jetzt genauer weiß, wie die Verbündeten aufklären, welche Satellitenwerkzeuge, Lauschangriffe sie benutzen, können sie versuchen, diese elektronisch zu stören, zu unterlaufen, können nach Quellen in den eigenen Reihen suchen, menschlichen Quellen. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Das heißt, am Ende könnte die gut geölte Maschinerie der bestmöglichen Unterstützung für die Ukraine ins Stocken kommen und damit möglicherweise auch die Offensive der Ukraine in diesem Frühjahr zumindestens mal beeinträchtigt werden. Was dann die russische Seite freuen dürfte. Elmar, vielen Dank für deine Einordnung. Und mit dem Krieg in der Ukraine beginnen auch deine Nachrichten, Heinz. Ja, bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Saporizhia im Südosten der Ukraine wurde ein Wohnhaus getroffen und nach Angaben der örtlichen Behörden sind dabei ein Vater und seine elfjährige Tochter getötet worden. Die Mutter wurde lebensgefährlich verletzt. Unterdessen sind 31 ukrainische Kinder aus Russland in ihre Heimat zurückgekehrt. Eine ukrainische Nichtregierungsorganisation hat das nach eigenen Angaben zusammen mit Eltern erreicht. Unter dem Eindruck dieses Krieges und weiterer Krisen weltweit standen auch die Osterfeiern der Kirchen in Deutschland. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Georg Betzing, sagte, Die Auferstehung Jesu, die an Ostern gefeiert werde, setze der Eskalation von Krisen und Gewalt eine Eskalation des Lebens und der Liebe entgegen. Die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Kurschuss sagte, Ostern sei eine Gegenrede Gottes gegen alles, was festgefahren und ohne Aussicht erscheine. Bundesarbeitsminister Heil rechnet mit einer deutlichen Anhebung des Mindestlohns zum kommenden Jahr. Die zuständige Kommission werde im Sommer einen Vorschlag machen. Heil verwies auf die hohe Inflation und auf die Tarifabschlüsse, die sich dann zum 1. Januar in einer Mindestlohnerhöhung über die aktuell geltenden 12 Euro hinaus niederschlagen würden. Der Großbrand in einem Gewerbeareal in Hamburg ist unter Kontrolle. Mehrere Lagerhallen waren in den frühen Morgenstunden in Flammen aufgegangen. Es entstand eine große Rauchwolke, die stadt einwärts zog. Und es galten in Teilen Hamburgs den Tag über entsprechende Warnungen der Feuerwehr. Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt. Zum Sport an diesem Sonntag in der Fußball-Bundesliga. Heute drei Spiele. Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Wolfsburg. 2 zu 0. Buchum unterliegt Stuttgart 2 zu 3. Und Hoffenheim geht mit 2 zu 0 gegen Schalke als Sieger vom Platz. Schalke ist jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Und am Abend war die Auslosung zum Halbfinale im DFB-Pokal Anfang Mai. So sieht es aus. Freiburg spielt gegen Leipzig und Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt die Wetteraussichten. Morgen am Vormittag im Osten einige Hochnebelfelder. Sonst zunächst viel Sonne. Später von Westen her Meerwolken und gegen Abend aufkommender Regen. Bei lebhaftem Südwind 14 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten. Unbeständig mit Regen, Gewittern, aber auch etwas Sonne. Dazu sehr windig und wieder kühler. Donnerstag nur noch 7 bis 13 Grad. Schlicht könnte man jetzt sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter mit einem Romantik-Drama. Es geht um den neuen Film von Sam Mendes und so weiter. Weniger schlicht und auch viel passender ist aber, wenn Sie auf das Genre stehen, dann gehen Sie rein in diesen neuen Film des Oscar-Preisträgers. Das Empire of Light ist ein Tanz zwischen mehreren Welten. Mentaler Gesundheit, Rassismus, sexuelle Ausbeutung, britische Gesellschaft unter Thatcher und, und, und. Und dadurch vielleicht auch ein bisschen zu vollgepackt dieser Film. Aber das findet jedenfalls Nadja Nasser dennoch sehenswert. Es ist noch immer ein magischer Ort. Das alte Kino Empire in einer englischen Kleinstadt am Meer. Auch wenn es 1981 seine besten Jahre schon hinter sich hat. Hier arbeitet Hillary. Seit Jahren kämpft sie mit einer manischen Depression, schleppt sich mehr schlecht als recht durch den Alltag. Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? Betäubt. Bis eines Tages ein neuer Mitarbeiter ins Kino kommt. Steven übernimmt die Stelle von Trevor. Hallo. Steven ist als schwarzer junger Mann ein Außenseiter in der englischen Gesellschaft. Hillary und er kommen sich näher. Wow. Was für ein Ort. Er war wirklich wunderschön. Das ist er noch. Sie findet mit ihm die liebevollste Beziehung ihres Lebens. Ihre Gefühle füreinander sind echt. Und es spielt für sie keine Rolle, wo sie herkommen oder wie alt sie sind. Sie sind Seelenverwandte. Und das ist wunderschön. Was machst du da? Es kommt doch keiner zu. Klappe, los, guck weg. Wieso? Kenn ich alle schon. Sei nicht wohl. Er ist anders im Rausch der Leidenschaft. Bitte, ich schäme mich nicht. Für die beiden beginnt eine kurze Zeit des Glücks. In der kleinen Welt des Empire-Kinos findet das ungleiche Liebespaar seinen Freiraum. Aber die Realität der Kleinstadt sieht anders aus. Immer wieder wird Steven rassistisch angegriffen. Wo ist denn du her? Passiert das oft? Oh ja. Es ist überall, oder? Und Hillary wird schmerzlich klar. Steven muss von hier fortgehen, um glücklich werden zu können. Niemand gibt dir das Leben, das du dir wünschst. Du selbst musst es gestalten. Hier wird das nicht gehen. Für Regisseur Sam Mendes ist es der persönlichste Film seiner Karriere. Mit Empire of Light bringt der Oscar-Preisträger ein autobiografisch inspiriertes Kleinod auf die Leinwand. So verarbeitet er die bipolare Störung seiner Mutter in der Figur von Hillary, einfühlsam gespielt von Olivia Colman. Und die frühen 80er-Jahre waren die prägenden Jahre für mich. Damals habe ich meine ersten politischen Ansichten geformt. Es war die Zeit von Thatcher, von Massenarbeitslosigkeit und rassistischen Spannungen. Empire of Light ist ein packendes Gesellschaftsdrama, ein bewegender Liebesfilm und eine wunderschöne Hommage an die Magie des Kinos. Und nach Steven Spielbergs Die Fablements, wieder ein Regisseur, ganz offenbar, der sich filmisch der eigenen Kindheit und Mutter widmet. Ganz spannend und interessant. Klingt ja interessant. Das war es aber jetzt erstmal von uns. Aber noch der Hinweis auf 0.15 Uhr und die nächste heute Express. Das, wie gesagt, war es von uns. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Schönen Abend noch. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017